Ein Bild ist vollendet durch die Einrahmung. Man kann mit der Einrahmung viel verkehrt machen, keine Frage, aber optimal eingerahmt ist das Bild wirklich vollendet und kommt dann bestens zur Geltung. Für mich ist es so, das ist die Kleidung für einen Menschen. Wir sind in Mitte in der Chausseestraße, 128, 129. Mein Name ist Bärbel Kirchhoff, ich arbeite als Leiterin der Artothek im Neuen Berliner Kunstverein. Wir sind eine Institution, die zeitgenössische Kunst vermittelt in Form von Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen und wir verleihen Kunstwerke an Berlinerinnen und Berliner. Teil der Vereinbarung ist, dass 100 Werke aus unserer Sammlung von Bösner neu gerahmt werden. Dann ist das natürlich auch eine ganz spannende Geschichte zu schauen, welche Gedanken machen Leute in der Werkstatt sich bei Bösner und wie kommt das zurück. Teilweise ist es dann so, dass es Vorgaben gibt, in welche Richtung wir gehen sollen, aber ansonsten habe ich freie Hand, den Bildern entsprechend auch Einrahmung auszusuchen, ohne den Bildern zu viel zu werden. Das Besondere ist natürlich der Mensch um mich herum, die Künstler, die Werke. Das ist das Ganze, was zu einem wirkt, einem Spaß bereitet. Und dann im Endeffekt auch etwas Tolles aus dem Werk herbeizuzaubern, wo der Kunde, der Künstler dann halt im Endeffekt wirklich mit einem zufriedenen, guten Eindruck halt den Laden verlässt. Das ist halt ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist das Team ist ein großes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein blossomsumer-fol våra Мы-polấn d median. Das brauchtrising, das ist ein bisschen ver Sexualtion gut. Wie ist einIntro.